Los, ne? Jetzt hat... Jetzt drück, jetzt läuft's schon, ne? Wollen wir hier alle nochmal filmen? Hey, was macht's denn? Der ist sehr schüchtern, der Pferd. Ich hab Angst vor dir leider. Ist das so eingeschüchtert? Alter! Das ist der... Der ist so dunkel, der ist so dunkel. Hier haben wir immer gespielt, Höhle gebaut, Lächtern und... ...verachtlich. Lächtern. Hier. Ja, mit dem Stift vielleicht mal nicht an. Jo! Kann dir recht? Bitte nur ein Deutsch machen. Lächter! Da! Doch, doch, doch. Ja. Doch, doch! Damit du noch... Das, doch. Ja. Kitter! Hast du Spaß am Film? Ich hab ja dem Vater gesagt, dass ich das mal filmen soll. Jungs, die Klo. Und das ist, das ist die Klo. Das Klo, wo einfach gesagt wird, wir kommen fröhlich am Morgen. Und da, weißt du das? Wir haben Klo. Das ist ein Modus. Das ist ein Modus. Hier. Hier sind die ganzen Stroba-Sachen. Stroba-Sachen. Stützel, Handschuhe. Zwei Tücken. Und solche Klopapier. Was ist das denn? Was weiß ich nicht? Irgendwelche Sachen. Einmal. Mülleinmal. Mülleinmal. Staubsauger. Übersauger. Ich hab mal innen vor. Guck mal, ich kann das nicht sehen. ... oder auch die Bedingungen... ... das heißt, wie gut ist das alles? Ja. Und ich glaube, es sind diese noch Knochen. So kann ich einfach... ... hier gibt's noch eine Lager... ... noch drei oder vier... ... vier... ... Dinge. Und hier... ... am Wendig... ... Schullein... ... Schullein... ... Schullein... ... das dann wird meine... ... und das dann ein Prick. Du filmst? Ja... ... hat Bernhard gesagt. Cool.